So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ! Wie ihr seht, ich bin komplett ausgerüstet. Niklas ist auch dabei, der ist gerade oben in der Schule, den werde ich euch gleich zeigen. Den werde ich euch gleich zeigen, der sagt gerade hallo, ja. Ähm, ja. Ich habe eigentlich alles, was es so gibt. Wir waren beim Airfield, haben uns ausgerüstet. Da ist er. Ich zeige ihn, ich zeige ihn gerade, hier ist er. Äh, und wir sind in der Nähe des Airfields noch, er hat eine SKS, ich habe eine Mosin. Hallo liebe Freunde! Und, äh, dann wollen wir mal los. Da Don't have auch wieder am Start. Er hat auch eine Magnum noch, dafür hat er Muni, wir haben dafür noch keine Muni für die SKS, äh, für SKS bzw. Mosin. Und ja, dann wollen wir mal loslegen. Ah, wir sind auch wieder am Start. Dann starten wir mal. Äh, hast du denn eigentlich Muni für die SKS? Ne, die habe ich leider nicht. Ah, okay, schade. Okay, wo wollen wir denn lang jetzt? Ja, kannst du aussuchen, dann geh du am besten vor. Okay, ich laufe vor. Den Kostestopfen, die einen Moni, die hier gehen. Hä? Warte. Wo laufen wir denn mal lang? Ich würde sagen, wir laufen hier lang. So, hier lang. Ja. Das Haus sieht irgendwie ein bisschen interessant aus, da würde ich mal gerade reingucken. Ja, ich versteck mich, geh du rein, ich gucke mal und... Hör ich umsehen. Da hinten ist ein Zombie. Na, ich hasse Zombies auf dem Spiel. Okay. Der hat uns dann noch nicht gesehen. Boah, ich könnte jetzt so... Hätte ich Muni... Ich könnte ihm so ein Handy jetzt geben, ne? Ich könnte langsam rumgehen, warte. Ja. So. Hier lang. Nee, äh... Ja. Und umgeben wir ihn. Wir sind im Übrigen über TS verbunden. Nur zur Info. Ja! Ich habe es heuer gemacht! Zombie hat uns gesehen. Oh, scheiße! Geh weg, Film, geh weg! Ja. Ich geh... Ich geh weh. Danke, Mann! Alter, er hat mich getroffen! Wer? Nein, ich habe keine Muni mehr. Ist der ein Spieler? Er hat keine Muni mehr, scheiße! Wir müssen weg! Lauf! Ein Spieler? Nein. Was denn? Ein Zombie. Oh. Ja, ich lauf dir hier. Wir gehen mal hinten... Da hinten in die Halle. Ich... Geh mal... Du... Du schieb. Du schieb. Du schieb. Ich bin nicht blutig. Äh, jetzt blutest du auch noch. Willst du mich verarschen? Ich muss doch uns wollen. Hast du irgendwas, womit du schlagen kannst? Nein! Pack die Waffe weg! Du musst uns in die Scheune gehen. Ich hau den Tod. Aber dieses Drecks... Dreckszombie. Erbliebe. Ich weiß. Hallo? Er versucht gerade, ihn irgendwie Tür zu kriegen. Wir müssen wieder mit nem Feuerwache finden. Und dann muss ne Axt holen. Das wär auch geil. Das ist sehr unhandlich grad hier. Ein Brecheisen. Ich könnte ihm einen perfekten Headdy geben jetzt, aber... Aber dieses Dreckszombie-Ding... Doch, warte, 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 warte. Weck nun. Ich hab ein Messer. Er ist tot. Nee. Hau auf den Kopf! Hau ab, Tim. Hau ab. Okay. Okay, okay. Ist der jetzt tot? Ja, ist tot. Okay. Verbinde mich sofort. Wo seid ihr? Ist dein Bild grau? Leicht grau, ja. Soll ich dir ein Celine-Bag geben? Ich hab nämlich eins. Hier hängt ne Shotgun, Tim. Hier ist irgendwo ne Shotgun. Wo? Doch, ich seh's auch. Ich seh's auch. F... Ich hab da so... Warte mal. Ich hab da so eine Moll für. Loll! Warte. Warte. Hast du die? Ja, ich... Warte, ich will sie mal grad zeigen. Den Zuschauern. Ein Stroh? Ein Stroh, warte. Lol. Wo seid ihr hier? So, jetzt... Ich hab ein Mundi dafür. Warte, ich schieße mal. Und? Achtung, ich schieße. Nein, hör auf. Ich will sie nur mal zeigen. Woah. Haha. Schieß mal ab. Woah. Schieß die mal ab. Schieß die mal ab. Nein, das weiß ich nicht. Daniel meinte, ich sollte dich jetzt abschießen. Aber ich hab nur noch einen Schuss. Ich nehm lieber. Hey, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kann ich die? Ich lade erstmal meine Mech nach. Du kannst bestimmt die andere machen. Mitnehmen. Nein, kann ich nicht mitnehmen. Schade. Ich lade erstmal meine Mechnaum nach. Muss ich erstmal meinen Sniper wiederfinden. Yo. Mechnaum ist nachgeladen. Wo liegt denn mein Snipergewehr? Das wird hier reingeklitscht sein, wahrscheinlich. Muss ich mal suchen. Scheiße. Wo liegt denn dein Snipergewehr? Das ist auf jeden Fall die Schadgang. Warte. Ich glaub das war auf der anderen Seite. Hallo. Jetzt. Mal, Tim. Hä? Tim. Was? Sag mal dazu. Hier, ich seh. So, warte, bleib stehen. Okay. Nee, das ist Holz. Na, es ist Holz. Er liegt hier irgendwo, das Ding. Holz. Äh. Warte. Warte. Ich hab's wirklich gar zu sehen. Hast du wo du schießen kannst. Oder ist das Rauselglitch? Das kann auch sein. Glaub ich nicht. Es gibt bestimmte Spenditionsarten und das bestimmt auch irgendeine richtige für deine Schritte. Ja, das ist so 12GA-Pallet-Snap-Loader. Oh, voll nicht. Also, äh. Oh, voll nicht. Glaub mal gerade die Munitionsbox. Wir mal gucken, ob ich irgendwas für mich habe. Hör auf einfach mal vor. Lauf vor, Tim. Warte. Machst du, hör auf. Warte, ich hör mal kurz was probieren. Ich will nur probieren. Warte mal bitte. Nee, kein Sack. Ich will nur gucken, ob das wirklich funktioniert. Ich nehm dir Blut an. Oh, komm still. Das hat der Retter auch nicht weggekriegt. Ja, ich will das doch gar nicht gucken, ob das überhaupt funktionieren würde. Das ist ein Sack, Junge. Also, ich weiß gar nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Ach, egal. Ich baue den Sack aber nicht. Doch, ich behalte den Sack mal. Warte. Oh, wo ist denn jetzt diese Kax-Shotgun gedroppt? Ich meinte die Kax-Sniper. Hast du eigentlich die Muni? Geht's nicht vor uns. Ich bin bestimmt noch Muni für deine Schotflände. Nee, wir sollen uns auch überschauen. Kannst du mal gucken? Tim, lass uns. Ist doch egal, komm. Ja gut, dann nehm, lass mich mal gucken, ob du Muni hast. Nee. Kannst du mal bitte geben? Ich hab keine Schot... Ich hab keine Muni, tut mir leid. Für die Schotflände. Nein, 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 nein. Das... Weißt du denn, dass das die ist? Warte, ich... Ja, ich hab... Nein, ich weiß schon, wie die aussieht. Ich hab keine das. Nein, die sieht nicht so aus. Die ist anders. Die ist anders. Das ist andere. Das ist andere. Das ist andere. Das ist andere. Das ist andere, wirklich. Lass uns hier, folg mir mal. Wir rennen hier mal. Oh man, ich will die Kack-Sniper wieder haben. Brauchst du mal ne Schotten? Hm? Na, nicht mit der. Wo bist du? Ja, hinter dir. Schieß mal einfach nur so, mal guck auf, ob er es merkt. Und wir laufen da, da hab ich Häuser noch gesehen. Schieß in die Luft. Ding. Oh, doch, sag ich mal, du hast mir auch nicht geklappt. Schieß einfach mal in die Luft. Wieso? Du bist so nett. Ja, ich hab mich... Nein, dann verbrauch ich meine Muni. Und dein Bruder will, dass du mich abschießt, ne? Ja, mäh. Er hat's geahnt, warte. Du bist so bekloppt. Oh man, na gut, jetzt haben... Aber eigentlich ist das sogar besser so, weißt du wieso? Weil, jetzt... Ich meine jetzt, wenn wir zum Beispiel beim Airfield sind. Und angenommen, da kommt einer rein und schießt den sofort weg. Und du kannst mit deiner Sniper überlinge gucken. Ist eigentlich sogar besser, finde ich. Ja, ich brauche heute erstmal ein Visier, ne? Ich brauche dafür halt erstmal ein Visier. Ja. So. Ey, wie kann man eigentlich so viele Waffen, ähm, mitnehmen? Ne? Wie kann man eigentlich so viele Waffen mitnehmen? Ich bin ein Grau. Ich bin mal hier gerade in den Baum rein. Was ist dein Bild? Grau. Dein Bild ist grau. So. Können weiter. Ist dein Bild grau, oder was ist los? Kim? Ja. Ja. Tim, wo bist du? Hä, ich bin direkt neben dir. Stehe ich aber nicht. Ich stehe direkt vor dir. Hä, was ist jetzt? Nee. Bei mir nicht. Hä, ich war eben gerade wirklich direkt vor dir. Wo bist denn du jetzt? Hä? Ich bin da bei den Tannen, wo ich was gegessen habe. Ja, okay. Ja, ich glaube, ich weiß, wo du bist. Komm auf das freie Feld daneben. Ich bin hier auf dem freien Feld. Ich bin hier gerade. Komm mal von der Tannen weg. Geh mal auf das Feld daneben. Ja. Geh mal auf das Feld daneben. Ja. Jetzt stimmt die Koordination wieder nicht, ey. Ach, Mensch. Komm noch mal zu der Scheune zurück. Komm noch mal zu der Scheune zurück. Komm noch mal zu der Scheune zurück. Ja. Ja, ich bin auf dem Weg. Jawohl. Ich habe die Sniper wieder. Ich bin hier. Ich bin schon wieder in der Scheune. Hier liegt die Sniper. Soll ich jetzt die Sniper die Shotgun mitnehmen? Da bist du. Soll ich jetzt die Sniper oder die Shotgun mitnehmen? Ne, nimm die Sniper. Okay. Bei mir ist alles ganz grau. Ja, warte. Warte, 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 warte. Da kann ich was gegen tun. Warte. Was machst du? Nicht Blut abzapfen. Warte. Ich will das gar nicht. Ich will dich heilen. Na. Da ist Stöcker in der Hand, oder? Nein. Patching. Was, was, warte. Warte. Warte mal. Irgendwie. Ess dir mal Vitamine. Ja, ich, warte, ich kann dir, ich kann dir was geben. Hier, bitte. Was ist denn das? Das ist, das sind, ähm, Injection, wie, äh, das ist so, das ist, so, wie, äh, so, 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 so. Tabletten halt, das sind Tabletten, das sind Tabletten, aber ich verstehe immer noch nicht, wieso ich dir das nicht geben kann. Ähm, hä, ist das kaputt oder wenn ich, ähm, 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 das heißt, dass du noch, ähm, 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 ja, ist es, wie nennt man es denn, dass du jetzt nass bist. Hast du eigentlich was zu essen oder zu trinken für mich? Ja, aber nur ganz wenig. Da lieb. Danke. Das reicht schon, ist, ein bisschen was. Wir müssen jetzt echt mal aufbrechen und was zu essen holen. Ja, müssen wir machen, hast recht. Ich esse jetzt erst mal was zu essen und dann holen wir uns was zu essen. Und. Ja. Ich esse noch und esse und esse und esse und hab genug gegessen. Hier liegt ein Scope. Ja, das hab ich hingelegt. Hier, warte, 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 warte. Probier mal das Scope. Ob das auf deine Waffe passt. Passt auch nicht. Das ist Munition. Warte. Will mir das Scope mal angucken. Das ist ne Magnum? Was ist der meine? Die hier. Muni, ja. Okay, das, das ist scheiße. Wollte ich aber auch mal zeigen. So, du kannst mir bitte, kannst du mir bitte das, äh, das Scope wiedergeben? Ja, warte. Da liegt es. Okay, danke, hab's wieder. Jo, das find ich nämlich besser. Da kann, kann man viel weiter ran suchen. Also das ist, damit kann ich besser schießen, kann ich besser schießen. Das ist auch zwar badly damaged. Wir müssen uns jetzt unbedingt auf, äh, äh, Essenssuche und, äh, ähm, Trinkensuche begeben. Okay. Genau, dann Feuer. Let's go. Wo gehen wir hin? Hier? Hinterher. Mach mal deine, deine Waffe aus der Hand, dann kannst du schneller rennen. Ja, hab ich. So Leute, und für euch geht's weiter, dann in der nächsten Episode von Let's Play Day Z. Dann versuchen wir weiter zu machen und irgendwie uns auszurüsten. Warte mal einen kleinen Moment, Tim. Ja. Ja, Leute, dann tschüss. Bis zum nächsten, bis zum nächsten Episode von Let's Play Day Z. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.